Jetzt würd ich mal wieder Traitor werden, ja, das kann ich nicht warum. Ich glaub, ich wär schon wieder Traitor. Ich spüre es. Ich glaub, ich wär schon wieder Traitor. Okay, dann töten wir ihn. Boah, ich war eben Traitor und überhaupt gar nicht. Ich spür, mein Ping steigt über 400. Ich hab das Gefühl, ich mein Ping steigt. Mein Ping ist 1200. Ah, der Ping steigt, der Ping steigt. 1000. Ping Ping. Loll. Er geht zurück, er geht zurück. Oh fuck. Santic, was machst du denn? Er singt wieder. Eno. Ja, die vorne ist abbrechen und jetzt wieder gestartet. Weil, Eno. Muss man einfach wollen, ne? So, was? Ich bin wieder Traitor. Ich bin hinter Knuchenboser. Ich will mich töten. Ach du, wer fliegt da denn durch die Luft, ey? Boah, schau. Wer fliegt durch die Luft? Das Jünger hat durch die Luft geflogen. Echt? Jemand schießt direkt auf mich. Ich seh euch alle hier oben. Ja. Wo seid ihr? Ich bin hier nicht mehr aus dem Haus. Oh. Das, den sollen wir was Fernsehen gucken. Ach du bist hier. Nee. Ich guck doch was Fernsehen. Doch, hier. Hier, komm zu mir. Hier, los komm zu mir rein. Los komm zu mir rein. Alter, Fischer. Ich bin mit Evo Furry aufm Dach. 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 Ich bin mit Evo Furry. das ist das gleiche ah nein, der Evo-Fairy ey, das wäre ja neues schon wieder, alter! was soll denn das? ich habe einen Rumpenwagen, alter da kann ich das Gefühl, du musst dich echt umbringen Justin, wir hätten uns beide schon killen können ja, ist echt sauber, kannst du jetzt hier runterhauen ja, den würde ich gerne haben jüdann das ist euch ne gute Waffe jüdann hey, wer ist es denn jetzt? ich glaube Georg, ist es Georg, darf ich einmal anschießen? ne, aufwack wenn er schon so redet, das oh, ja, da ist das schiefgegangen hallo so, tut mir leid da habe ich außer in den falschen Knopf und meine Tastatur gedrückt Georg schießt ja, ja, da da, er fasst das aus, fasst alle aus Evo-Fairy, bist du da gerade hinter geflogen? wer ist denn? Daumen da hat jemand gesnipet hat jemand gesnipet hat jemand gesnipet ja, obwohl es könnte sein, dass die Meldung so gefälscht hat das so aussieht, als ob sie beide Traitor wären jemand hat gesnipet habt ihr das gesehen, dass jemand gesnipet hat? ich kann halt E drücken wieso nicht? aber ehrlich, ne Bombe fuck, ich hab dran gebraucht, alter wieso kann ich nicht ALT E drücken? ich hab einen Traitor getötet ich will nur sagen, dass man nicht reden darf, wenn man tot ist ok, er war Traitor, sorry, er war Traitor ich bin kein Traitor wer, nein, nein, nein doch, du musst Traitor, oder? ich bin kein Traitor oder, oder hätten sozusagen Unschuldigen ach, du bist immer nur hier ja, aber Jidan ist die ganze Zeit bei mir, der hat mich so leicht killen können wenn ich weiß, wie wer sonst wohl lebt ich bin auf jeden Fall leben noch alle irgendjemand hat doch rein gesnipet, oder? ja, das war ich ja, warum machst du sowas? guck in den Chat, Mann ich hab keinen Chat gesehen ne? der Traitor hat geschrieben, dass du auch Traitor bist da kann ich ja nichts mehr da hinten Knochen Bowser lebt auch noch wieso sagt er nichts? ja, deswegen, ja jetzt lebt er nicht mehr oder? doch, der war da ganz hinten rechts in der Ecke da hinten da hinten in dem Fenster da ganz hinten über dem roten Ding ach so Boxari, du lebst auch noch, ne? ja, muss ich oh man jetzt seid ihr das hier ihr bestimmt ihr Bein, ey obwohl Jidan ne, ne wir gehen jetzt getrennte Wege, ok? also das fände ich gut für uns geh weg, einfach geh einfach weg jetzt hab ich Angst Mann, Boxari ist weg da ach, der lebt auch noch ja der muss doch noch leben sonst ist das Spiel vorbei nein aber da oben ich geh noch ja und dann sag doch was ja mein Gott muss ich mal was sagen ja, sag bitte gleich mal was, wenn ich nicht sag oder wer schießt da? ich wieso? weil du Traitor bist ja ne, ich glaub nicht, dass er heute ist also, Boxari der snipet hier gleich mach die Tür wer ist das? wer ist das? ich, ich, ich aber wo ist Boxari? der als ob der noch der hat nur noch 20 Sekunden obwohl, hat der Leute gedöntet? mhm der lebt eh nicht mehr ja das ist Knochen Bowser mhm da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten Knochen Bowser lebt nur noch Alter, 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 alter er schießt auch noch ja ey, wenn du nur bist, dann schießt du nicht doch ja, als ob, Boxari lebt doch nicht mehr wer soll ich denn umgehört haben? Alter ja, Knochen muss er ja wohl oh, mein Geist sehr dick, alter ich war tot, alter sieh, siehste Jidan, ich kann jetzt immer vertrauen ach, du bist auch runtergefüllt Alter ich hätte echt gedacht, dass Boxari es wäre und sich nur tot liefen nein, der war nicht mehr hier irgendjemand hatte glaube ich ein Fasnimmiger kaputt geschossen oder irgendwas das habe ich sogar gesehen mhm ja ich bin in die Luft geflogen auf jeden Fall ein guter Move, Sentik aber warum ja ich lebe wieder weil ich einfach runtergefallen bin, alter aber cool ihr seid bei mir irgendwie gerade alle leise ich hab wieder diesen Bug da oh nein oh nein oh nein oh nein ich geh mal baden, kommt jemand mit? nö ja, ich iPhone nein ey ich, wo bist du? oma ey ja, oh Gott, hier neben dir im Bad hat man doch gar keinen Platz mehr oja ich will einen radioaktiven Fass haben ich will einen radioaktiven Fass für jou Director ich hab auch, ich habe nicht mehr eine Waffe nö apologized Gehen wir mal wieder weg, ey. Ups. Jaja, wir sind alle in uns, ne? Sind wir auch. Ja. Ich werde verfolgt. Hier ist bei mir das... Ich schieß das nicht an, Alter. Ich geh mal weg. Ja, wenn du das anschießt, dann bist du tot. Ich bin bei Santic. Nee, dir kann ich eh nicht. Ich bin bei niemandem. Santic, geh weg. Ey, guck mal, guck mal, guck mal. Ey, Mr. Knochenbowser. Wenn du hier in den LKW reingehst, bist du inno. Geh in den LKW. Wieso? Ich soll in den LKW gehen. Nee, du bist doch sowieso inno. Der Santic hätte mich eigentlich killen können. Ja. Wir machen jetzt einen Test, Santic. Santic, wir machen jetzt einen Test. Hier, bei mir ist wieder alles frei. Santic? Ich hab nicht mal nur Shotgun. Santic, bleib stehen. Ach, gar nichts, ja. Ihr seid beide Trader und ihr tötet mich jetzt eisig. Nein, okay, wir machen jetzt einen Test. Test, ich mach jetzt einen Test bei Santic und Poxari. Ihr könnt mich jetzt killen, wenn ihr wollt. Guter Test. Ja, zu zwei Tests. Wenn einer Trader ist, wird er den anderen nicht töten. Bei mir lag, also kannst du den töten. Ach so. Peng. Hä, wer ist gerade krepiert? Habt ihr das auch gehört? Ja. Ich bin doch bei zwei Leuten, was ist mit dir los? Ja, keine Ahnung. Du hast mich doch gerade getötet. Wer hat wen getötet? Du bist so. Ich hab grad gar nicht geschossen. Du hast doch, du hast Peng gemacht. Meine Waffe ist voll, willst du nachgucken? Boah, ich mein das jetzt als Scherz, als du mich hier gerade abgeschossen hast. Nein, hab ich gar nicht. Alter, du hast doch einen Trader. Ja, ich weiß doch, was du meinst. Du hast mich 50% abgetrunken gespacken. Ach, ich will wieder Minecraft zocken. Und ist der Knochenbauer das zu? Wow, 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 wow. Ich hab einen Trader geschossen. Nicht runtergehen, nicht runtergehen. Was ist da los? Boxta redet. Leute, ich bin Inno. Ich war nicht mal in der Nähe, hallo? Ja, ja. Ich weiß nicht, wovon die beiden reden. Nee. Alter, ich keinen Bock in den Verstellsachen. So, wer lebt den jetzt noch? Aua, ich werde angeschossen, aber ich bin... Es lebt noch mein Traitor. So blöd, Alter. Scheiße. So, jetzt werde ich dich mal mit meinem Radar finden. Das habe ich schon mit Boxta gesagt. Fuchse knallt irgendjemand ab und sagt so, hm, wo schießen die denn, hm? Das kenn ich alle schon, ey. So schlimm. Ja. Ich bin stolz auf dich. Gigi. Gigi. Wir wollen auch nochmal... Peng. Ja, dass du mich nicht getötet hast, dann als ich ihn erschossen hab, hab ich dich gewundert. Ich hatte nur ne Pistole, ich hatte nicht angerufen. Das war voll mies. Deswegen hab ich eh gesagt, ich lege und hab nur ne Pistole, also töd ihn. Yippie. Das war aber ne schöne Runde. Wie verwirrt man mit Traitor, ist der Knochenbose, ey. Ich bin enttäuscht. Ich glaub meine Festplatte steht. Ey, er ist einfach nicht gestorben von diesem Traitor-Messer da. Dödöd. Ja, das Traitor-Messer ist genau eine Stunde auf. Ja, das Traitor-Messer ist nicht empfehlenswert. Wie kann man das denn werfen? Rechtsglück glaub ich, ne? Hm. Ah, okay. Sorry, wie lange nimmst du eigentlich schon auf? Zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden fast. Ich hab einfach gedacht, wenn ein Traitor-Messer ist, ist es einfach ein One-Hit. Ich glaub ich höre langsam auf. Ne, dachte ich erst auch früher. Ja, ich bin auf ne andere Map, dann höre ich auch auf. Ja, stopp. Andere Map noch und dann... Ey, schieß wieder jemand. Ey, ey. Ich bin Inu-Sind. Komm mit, Inu. Ich bin, Alter. Ich war gerade Traitor-Messer. Wie wieder jemand? Fernsehgucken, komm? Traitor-Messer? Ne, mit dir guck ich nicht. Mit dir guck ich nicht. Komm, komm, komm. Ich bin bei Judo. Ich bin nicht mit Boxsari. Ich bin bei Judo. Ich bin bei Judo. Ich bin bei Judo. Fernsehgucken? Ne, nicht mit Boxsari. Ich bin bei Judo. Ey, wer schießt so? Kommt von da oben? Nö. Du-du-du-du-du-du-du-du. Übrigens glaube ich nicht, das Boxsari toy.. Okay, ich bin die ganze Zeit bei Judo. c ha basically. WENN ich bin auch die ganze Zeit bei Silver Ich schieße noch auf. Ja, äh, 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 genau. Ich habe einen Creep Gator. Creep Gator ist, glaube ich, nach dem. Tschildan, wenn ihr noch lebt. Jetzt, Jard Bombe, Lust, Jard Bombe. Ja, der Knochen-Bowser. Lust, Traitor, Jard Bombe. Bitte. Ich bin bestimmt Traitor. Knochen-Bowser, ich schieße dich. Äh, hör auf da jetzt. Knochen-Bowser? Ja? Hör auf. Wieso? Darum, weil ich dich sonst abschieße. Was hat dann gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Guck mal schon auf die Häuser, ne, ob da jemand snipet. Ja, da snipet jemand. Ja, da oben ist jemand. Da oben ist jemand auf dem Haus. Ja, genau. Creep Gator, Creep Gator, Creep Gator will mich töten. Creep Gator, Streeter. Ey, wer schießt da? Ich stehe ja die ganze Zeit hier oben. Ja, aber du hast mich angeschossen. Irgendjemand schießt mich an. Ja, Knochen-Bowser. Ja, ja, ich bin doll. Geh doch mal weg, Alter. Geh grad da, wow. Jetzt nicht mehr. Hol den Sniper, los. Ich hab den Sniper getötet. Ivo ist das. Ivo. Ja, der hat so lange nichts gesagt. Der muss es sein. Ich weiß, was es ist. Pfff, wie er in der Ecke geht, ey. So, um ist der Knochen-Bowser? Ja. Was machst du da? Oh, ne. Ach, Mann. Warum snipest du denn da? Wer hat mich denn dann angeschossen? Tut mir leid. Oh, da hinten. Wer hat die Smogrunner geworfen? Der Strider. Ich. Eindeutig. Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Ich. Du. Ich. Bestimmt. Ich, ich und noch ein Ich, okay. Und ich, ich und du. So viele Auswahlmöglichkeiten gibt's jetzt nicht mehr. Ich bin interessant auf jeden Fall. Ja. Da ist einer von euch. Ich glaube Mr. Knochen-Bowser. Oh, da brennen die Fässer. Ja, ich bin auf jeden Fall Trader. Na dann. Ja, dann braucht ihr ja nicht länger suchen. Hey, Evo Fairy ist es. Er hat ein Messer in der Hand. Ich habe ihn getötet. Hä? Ich habe Mr. Knochen-Bowser im Augenblick getötet. Hier, guck, guck, um rechts, um rechts. Oh, ne. Ja. Da lebt jetzt noch einer außer uns. Ja, oder du bist es. Nein, ich bin's nicht. Gibt's hier keine Sniper? Oh, ne, ich bin's wirklich nicht. Du musst es sein. Nein. Hä? Ich hab doch einen Traitor getötet. Du hast extra einen Traitor-Kollegen konfirmt. Genau. Hier unten gibt's zum Beispiel eine Leiche. Ach, hier ist es. Das ist ja leer. Was soll ich denn damit? Ich habe hier einen Evo Fairy getötet, der mich mit einem Messer abstechen wollte. Das ist aber hier auch nur noch 22 HP. Das heißt, wenn du jetzt hier aufs komische Dach kommst oder sonst irgendwo hin, dann tötet ich dich. Da musst du doch noch... Wer ist denn noch am Leben? Sentik. Ich sehe Sentiks am Leben. Dann ist er Traitor. Ich komm jetzt aufs Dach. Oder wo du einfach nicht konfirmt... Nein, du kommst nicht aufs Dach. Okay, ich geh wieder runter. Geh wieder runter. Dir kann ich auch nicht vertrauen. Na, vielleicht ist er tot. Ich wollte mit dir Fernsehen gucken. Dann geh ich ihn mal suchen, ne? Ja, geh du ihn mal suchen, ne? Dann hab ich Papier und warte. Dann trait er nur noch... Na gut, das ist Overtime dann wahrscheinlich sowieso. Das sind drei Traitor. Drei Innocence totes. Das heißt, mindestens anderthalb Minuten noch Overtime. Das heißt, es sind noch zwei Minuten ungefähr. Und der Sentik. Und der Sentik. Der Sentik ist schon tot. Und der wurde nur nicht konfirmt. Richtig? Ja, rückwärts, rückwärts. Alter, halt jetzt ja mal... Ey, wer ist aufm Dach? Sentikadee ist es. Sentikadee ist es. Sentikadee ist aufm Dach. Sentikadee ist aufm Dach. Sentikadee ist aufm Dach. Nein, ich treff nicht. Hochhausdach. Sentikadee ist innocent. Irgendwie glaub ich ihm. Ich weiß nicht mehr so, aber ich glaub dir. Die Stimme aus dem Hintergrund hat's immer recht. Ach, wie schlecht das von mir war. Ja, ich hab's gesehen, Alter. So, so... Was? Virus war Inno? Ich dachte, der wäre Schnauter gewesen. Hä? Bist du Traitor? Ich war mir sehr sicher, dass er Inno ist. Die dann ist Traitor. 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 Schnauze. Du bist Traitor. Ja. Sei immer wirklich alle ruhig. Ja, das verwirrt einen vorher. Die dann ist Traitor. Wieso soll ich ruhig sein? Ich bin noch allein. Die Traitor. Ich hab ... Damit das Spiel endlich schneller vorbeigeht. Soll er aber nicht. Jetzt macht mal hinne. Oh, ist schneller. Mann, geh schneller, die dritten Bruch. Oh, Alter, Georg, halt dein Maul, ey. Das ist echt... Aber wie schlecht ich war, Alter. Hab ich jetzt nicht zehnmal töten müssen. Ciudan, ich sag auch noch, ich bin an unserem Platz. Und dann kommst du einfach hoch und killst mich trotzdem.